Hallo Berlin, mein Name ist Ronald Gläser und ich bin Mitglied des Berliner Abgeordnetenhauses. Ich möchte mich an dieser Stelle mal dafür bedanken, dass Sie mich wiedergewählt haben und kurzum reißen, was wir in den kommenden fünf Jahren in dieser Legislaturperiode vorhaben. Wir möchten für solide Staatsfinanzen sorgen. Wir wollen den ganzen grünen Stadtumbau verhindern und wenn wir das nicht können, ihn zumindest aufhalten. Wir wollen für bessere Schulen sorgen und natürlich verhindern, dass im Zuge der Bekämpfung der Corona-Pandemie immer neue Gemeinheiten gegen die Bürger eingeführt werden. Über all dem thront aber die große Aufgabe, dass wir zunächst mal die Vorgänge vom 26. September aufklären. Die Zustände, die sich abgespielt haben am Tag der Abgeordnetenhauswahl in unserer Stadt, glichen einer Bananenrepublik. So etwas wollen wir in Berlin nie wieder erleben. Und wir wollen aufklären, schauen, was ist genau falsch gelaufen, wie kann das für die Zukunft ausgeschlossen werden. Wir wollen solche Zustände in unserer Stadt nie wieder erleben.